Datum für New Glenn Comeback. Gelingt Blue Origin die erste Landung diesmal? 76 Starship-Flüge pro Jahr von Cape Canaveral. SpaceX will Florida zur neuen Starbase machen. FAA-Untersuchung bestätigt Triebwerksversagen als Ursache für Starship-Explosion. Was bedeutet das für Flug 10? 500. Falcon-Start. SpaceX knackt Startmeilenstein. Rocket Lab überträgt erstmals Live-Sound aus dem Orbit. Klingt so der Weltraum. ESA-Raumsonde sieht als erstes die Pole der Sonne. NASA baut bereits Jobs ab und archiviert Social-Media-Kanäle. Droht eine Kommunikationskrise im All? Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Lust auf weitere spannende Einblicke in die Raumfahrt? Dann abonnieren. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. Dein Space Update auf Deutsch. Bei den Superschwerlast-Raketen wird es jetzt richtig spannend. Blue Origin plant den zweiten Flug der New Glenn. Nun ist ein Datum gesetzt. Frühestens am 15. August soll es wieder losgehen. Für den zweiten Flug der knapp 100 Meter hohen Rakete hat Blue Origin bereits einen Namen für den Booster vergeben. Never tell me the odds. Zu Deutsch, sag mir nie, wie die Chancen stehen. Referenz sagt Hans Solo zu C3PO im Astroidenfeld. Hauptziel neben einem weiteren erfolgreichen Start, den Erststufenbooster nach dem Start sicher landen und zurückbringen. Ein Manöver, das ja beim erfolgreichen Erstflug im Januar noch misslang. Die für den zweiten Flug vorgesehene Oberstufe wurde bereits im April erfolgreich getestet. Ob die Rückholstrategie gelingt, das könnte entscheidend für Blue Origins Positionierung im Wettbewerb mit SpaceX sein. Die Nutzlast für diesen zweiten Flug der New Glenn-Rakete, die steht auch schon fest. Es wird eine Responsive Space Mission für das National Reconnaissance Office des Pentagons werden. Die NASA hat auch die Mars-Mission Escapade neu terminiert. Statt wie ursprünglich geplant mit dem Erstflug von Blue Origins New Glenn, das wäre dann nicht passiert, war ja nur ein Massensimulator an Bord. Das Startfenster zum Mars im Oktober 2024, das wurde ja verpasst. Jetzt soll Escapade mit dem dritten Flug der Trägerrakete ins All gebracht werden. Grund für die Verschiebung der NASA-Mars-Mission war die Verzögerung im Entwicklungszeitplan der New Glenn, die den ursprünglichen Startzeitraum zu knapp machte. Bei einem Start zwischen Juli 2025 und Frühjahr 2026 wäre eine Ankunft am Mars dann im September 2027. Wer gut aufgepasst hat, der fragt sich jetzt Moment, war das Marstransferfenster nicht Ende 2024, hat es dann geschlossen und öffnet erst wieder 2026? Ja, ganz genau. Der neue Flugplan für Escapade, der beinhaltet komplexere Flugbahnen im Vergleich zum Direktflug zum Mars. Statt mit einem Hohmann-Transfer direkt zum Mars zu starten, würde die Flugbahn über den Erdsonne Lagrange Punkt 2 mit Flyby zurück an der Erde vorbei zum Mars verlaufen. Es wird warm und genau das ist die Zeit, in der mein absoluter Lieblingsschuh von Gießwein seine Stärken ausspielt, der Wu-Sneaker. Neben dem Alltag habe ich ihn auf unzähligen Reisen getragen, unter anderem in den asiatischen Tropen. Was soll ich sagen? Kein Hitzestau, keine Blasen, keine Schweißflüße. Nur Komfort pur. Der ultraleichte Merino-Sneaker, der ist inzwischen mein treuer Begleiter bei Städtereisen, langen Flügen und entspannten Alltagsmomenten. Mit gerade einmal 175 Gramm pro Schuh ist er kaum spürbar am Fuß, ideal also fürs Handgepäck und noch idealer zum Tragen. Die feine 3D-Stretch-Merino-Wolle von Gießwein, die schmiegt sich an wie eine zweite Haut, ist atmungsaktiv, temperaturregulierend und antibakteriell. Man kann ihn so auch gut barfuß tragen, denn das fühlt sich nicht nur unfassbar angenehm an, es bleibt auch angenehm. Die besonders weiche Fersenpartie und die leichte IWA-Sohle, die sorgen für ein sanftes Laufgefühl, das sich fast schon schwerelos anfühlt. Und das Beste, der Look, der passt einfach immer, ob im Büro, beim Spaziergang oder beim Abendessen mit Freunden. Clean, schlicht, hochwertig. Mein Wu-Sneaker ist der perfekte Allrounder für warme Tage und macht selbst als Barfußschuh am Strand eine gute Figur. Fun Fact, du kannst ihn auch einfach bei 30 Grad in der Maschine waschen, trocknen lassen, reinschlüpfen, loslaufen. So leicht fühlt sich Qualität aus Österreich an. Mit meinem Link und meinem Code bekommst du wieder 20% auf das gesamte Gießweinsortiment, findest du auch in der Videobeschreibung. SpaceX steht vor einem gewaltigen Ausbau seines Starship-Programms an der US-Ostküste. Laut einem jetzt veröffentlichten Entwurf der Umweltverträglichkeitsprüfung der US-Luftwaffe könnte SpaceX künftig bis zu 76 Starship-Starts pro Jahr vom Space Launch Komplex 37 auf der Cape Canaveral Space Force Station in Florida durchführen. Auch die entsprechenden 152 Landungen der Booster und Oberstufen sollen ermöglicht werden. Weder Umwelt noch kulturelle, soziale oder wirtschaftliche Interessen würden durch den SpaceX-Ausbau erheblich beeinträchtigt. Auch Konkurrenten wie ULA und Blue Origin, deren Startplätze sich ebenfalls auf der Cape Canaveral Space Force Station befindet, sollen laut Bericht nicht signifikant betroffen sein. Noch steht der finale Umweltbericht aus. Die öffentliche Kommentierungsphase läuft bis Ende Juli. Frühestens im Herbst könnte der endgültige Entscheid ergehen. Space Launch Komplex 37, den SpaceX jetzt zum Starship-Startplatz ausbauen will, ist ja der ehemalige Delta-4-Standort von ULA. Der letzte Start einer Delta-4 Heavy von dort erfolgte im April 2024. Jetzt hat man in dieser Woche bereits mit dem Abriss der Delta-4-Infrastruktur begonnen. Das Delta-4-Integrationsgebäude am SLC 37, das wurde am Morgen kontrolliert gesprengt. Auf dem Gelände wird SpaceX dann analog zur Starbase zwei 180 Meter hohe Start- und Fangtürme errichten. Sollte alles nach Plan laufen, könnten schon 2027 die ersten Starship-Starts vom überarbeiteten SLC 37 erfolgen. Apropos Starship-Start, die Federal Aviation Administration, FAA, amerikanische Flugaufsichtsbehörde, die sagt am Donnerstag, dass sie die Untersuchung des Starship-Flugs 8 vom März abgeschlossen hat, also der vorletzte Flug. Die FAA, die hat die Ergebnisse der von SpaceX eingeleiteten Untersuchung überwacht und akzeptiert. Der endgültige Unfallbericht, der nennt als wahrscheinliche Ursache für den vorzeitigen Verlust der Oberstufe ein Hardwarefehler in einem der Raptor-Triebwerke, der dann zu einem unbeabsichtigten Vermischen und Zünden des Treibstoffs führte. Diese Unglücksursache hat es SpaceX auch während des neunten Starts genannt. SpaceX hat laut FAA acht Abhilfemaßnahmen identifiziert, um ein erneutes Auftreten des Ergebnisses zu verhindern. Diese Korrekturmaßnahmen wurden laut FAA auch für Flug 9 bereits umgesetzt. Auch auf Flug 9 gab es ja wieder ein Problem mit der Version 2 Oberstufe, die dann im Weltraum unkontrolliert ins Trudeln geriet. Schließlich trat die Oberstufe zwar unkontrolliert, aber über dem vorher ausgewiesenen Gefahrengebiet über dem Indischen Ozean wieder in der Atmosphäre ein. Die FAA hat auch für diesen Flug eine Untersuchung angeordnet. Noch gibt es keinen Starttermin für den zehnten Flug. Auch SpaceX wird mit Sicherheit erst einmal verstehen wollen, was auf dem Flug schiefgelaufen ist und wie der Fehler behoben werden kann. Die Hardware für den zehnten Flug ist aber prinzipiell vorhanden. Der brandneue Booster 16, der befindet sich in Megabay 1 und die vermutlich für diesen Flug vorgesehene Oberstufe S36, die befindet sich in Megabay 2. Neben der SpaceX Mars Vision soll das Starship ja erst einmal für den massiven Ausbau des Starlink-Netzwerks genutzt werden. Da gibt es einen Richtungswechsel bei der US-Breitbandförderung. Die Trump-Regierung hat Regeln für das über 42 Milliarden Dollar schwere Breitbandprogramm gelockert. Hauptprofiteur der gelockerten Regeln soll SpaceX mit Starlink sein. Ganz interessant, dass diese Lockerungen nach der öffentlichen Auseinandersetzung von Trump und Musk erfolgt sind. Seine Drohung, die Dragon-Flüge einzustellen, hat der SpaceX-Chef letzte Woche ja wieder zurückgenommen. Diese Woche verhinderte dann ein technisches Problem den erneuten Flug von Dragon mit Crew. Die private Axiom-Mission, Axiom 4, die musste ihren Start zur internationalen Raumstation erneut verschieben. Der eingesetzte Booster B1094, der hatte einen Flüssigsauerstoff-Leck. Das Leck, das war bereits nach dem ersten Flug des Boosters am 29. April bemerkt worden, wurde aber offensichtlich nicht vollständig repariert. Aktuell gibt es noch keinen neuen Starttermin für Axiom 4. Es gab aber natürlich erfolgreiche Starts letzte Woche. Willkommen zu den Starts der vergangenen Woche. SpaceX startete am Dienstag, 10. Juni in der Falcon 9 mit Starlink vom SEC 40 in der Cape Canaveral Space Force Station. Am Mittwoch, 11. Juni folgte Rocklab mit dem Elektron-Start der Mission The Mountain God Guards von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland. Ganz cool, zum ersten Mal in der Geschichte von Rocklab kann man nun hören, wie die zweite Raketenstufe der Elektron tatsächlich klingt. Zumindest annähernd. Im Vakuum können sich ja Schallwellen nicht ausbreiten, also hört nicht im Weltraum tatsächlich niemand schreien. Eigentlich. Aber Rocklab-CEO Peter Beck teilt da einen Clip, in dem man erstmals Live-Audio aus dem Weltraum hören konnte. Körperschall, Vibrationen, die durch Triebwerke, Struktur und Zündung entstehen, die wurden aufgezeichnet und algorithmisch in hörbaren Sound umgewandelt. Freitag, der 13. war für SpaceX offensichtlich kein Unglückstag. Der Starlink-Start von Vandenberg war der 500. Start einer Falcon-Rakete. Also alle Flüge von Falcon 1, Falcon 9 und Falcon Heavy kombiniert. Interessant, diese 500 Flüge mal in Perspektive zu setzen. Erst im vergangenen Mai war SpaceX die 450. erfolgreiche Falcon-Landung gelungen. Ebenfalls Freitag, 13. Juni, startete SpaceX eine weitere Falcon 9, diesmal vom SLC-40 in der Cape Canaveral Space Force Station. An Bord waren auch Starlink-Satelliten. Am Samstag, 14. Juni, da startete in China eine lange Marsch 2D von Jing Kuan. Die nutzt das, die ist mir nicht bekannt. Satellitenhochzeit. Grünes Licht aus Europa. Die EU-Kommission hat die 4 Milliarden Dollar Fusion der Satellitenbetreiber SES und Intelsat genehmigt. SES will die Übernahme im zweiten Halbjahr 2025 abschließen. Ursprünglich beides luxemburgische Satellitenbetreiber, ist Intelsat mittlerweile US-amerikanisch. Daher fehlt nun noch die Zustimmung der US-Behörden für die Übernahme. Der konventionelle Kommunikationsmarkt mit Satelliten in geostationären Umlaufbahnen, der steht ja massiv unter Druck durch die Einführung von Satelliteninternet aus dem niedrigen Erdorbit. Apropos geostationärer Orbit, SpaceX ist ein technisch anspruchsvolles Manöver gelungen. Erstmals konnte eine Falcon 9-Oberstufe nach dem Aussetzen eines Satelliten im geostationären Transferorbit gezielt zum Wiedereintritt gebracht werden. Nach dem erfolgreichen Transport des Geokommunikationssatelliten Sirius XM-10 demonstrierte SpaceX damit, seine Fähigkeit auch aus hohen elliptischen Umlaufbahnen kontrolliert, die Orbits der Oberstufen durchzuführen. Normalerweise enden Missionen in den Geo mit Oberstufen, die jahrzehntelang oder noch länger in ihren Bahnen verbleiben. Einen richtig hohenergetischen Orbit strebt Artemis II an. Der soll die Crew um Reed Weissman ja sogar um den Mond führen. Diese Woche gab es ein Video aus dem Training der Artemis II-Crew. Die Crew nahm uns mit in den Simulator. Sie trainierte genau den Moment, in dem die Oberstufe das Orion-Raumschiff von der Erde in einer hohen Bahn von der Erde wegführt. Wenn 2026 erstmals seit Apollo 17 wieder Menschen den Mond umrunden, soll ein ganz besonderes Crewmitglied ja mitreisen. Ein kleines Stoffmaskottchen als Zero-Gravity-Indicator. NASA-Astronaut Reed Weissman ruft aktuell weltweit zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf. Wer eine kreative Idee für das flauschige Maskottchen hat, der kann sie über die Plattform freelancer.com noch bis Montag, den 16.06. einreichen. Ja, apropos Öffentlichkeitsarbeit. NASA-Quellen berichten, dass mindestens 60 Prozent der Mitarbeiter des NASA Office of Communications Programme zum vorzeitigen Ausstieg nutzen müssen, sonst drohen ab August unfreiwillige Entlassungen. Zwar wurde der aktuelle NASA-Budget-Antrag noch nicht vom Kongress beschlossen, doch mit der Angelegenheit vertraute Personen, die sagten, dass die Executive Orders aus dem Weißen Haus unabhängig vom Budget umgesetzt würden. Nicht offiziell bestätigt dürften die Ankündigungen auf diversen NASA-X-Kanälen mit diesen Personalkürzungen zusammenhängen. Fast 30 offizielle NASA-Kanäle, darunter die von den Mars-Rovern Perseverance und Curiosity, aber auch der des Lunar Gateways, die werden archiviert. Die Berichterstattung, die soll nur noch auf den NASA-Hauptkanälen erfolgen. Ein ungewollter Kanal, der macht weiter Sorgen, und zwar der durch den Atemluft aus der ISS entweicht. Im russischen Svesta-Modul, da kam es erneut zu übermäßigen Verlust von Atemluft. Der Dockingknoten, der über eine separate Luke von der Station abgeriegelt werden kann, den hatte man eigentlich kürzlich repariert. Doch aktuelle Messwerte, die werfen erneut Fragen nach der Dichtigkeit auf. Die russischen Kosmonauten, die untersuchten die Innenflächen des Druckmoduls und versiegelten weitere auffällige Stellen. Der betroffene Bereich, der hält jetzt inzwischen wieder stabil den Druck. Die NASA hat sich schon festgelegt, die Zukunft der Stationen im niedrigen Erdorbit, die soll den kommerziellen Stationen gehören. Im Commercial Leo Destinations-Programm hat die NASA aktuell drei Konsortien für die Ausarbeitung ihrer Konzepte wie so eine kommerzielle Station ausgewählt. Eine Firma ist Voyager Space mit dem Starlab. Voyager hält zwei Drittel an Starlab Space, einem Joint Venture mit Airbus Defense in Space, mit WISHI und MDA. Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen Voyager Space, das hat jetzt mit seinem Börsengang 383 Millionen US-Dollar eingesammelt, was zu einer Bewertung der Firma auf über drei Milliarden Dollar geführt hat. Also etwa die Höhe, die von Voyager für den Bau der Starlab-Station veranschlagt wird. In der ersten Runde nicht von der NASA für kommerzielle Raumstationen berücksichtigt wurde. Das US-Raumfahrt-Unternehmen VAST. VAST plant aber weiterhin mit dem Start der ersten rein kommerziellen Raumstation Haven 1 im Jahr 2026. Die kompakte Station, die soll der Einstieg in eine dauerhafte private Präsenz im niedrigen Erdorbit sein. VAST hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem auch der ehemalige SpaceXer Hans Königsmann zu Worte kommt. Und Hans, den treffe ich in der kommenden Woche auf der Paris Air Show und will mit ihm über die neuen kommerziellen Raumstationen sprechen, außerdem über die europäischen Programme und wo wir da gerade stehen. Wenn dir eine Raumfahrtfrage an Hans Königsmann unter den Fingern brennt, schreib sie doch gern unter dem Video und ich versuche sie in Paris zu stellen. Paris, auch der Sitz der ESA. Erstmals überhaupt hat mit dem ESA Solar Orbiter eine Sonne direkte Aufnahmen von den Sonnenpolen gemacht. Ein Meilenstein in der Sonnenforschung. Dank eines 17 Grad geneigten Orbits gelang es der Sonde, den Südpol der Sonne zu beobachten. Aus einer Perspektive, die von der Erde aus ja niemals möglich wäre. Die neuen Bilder, die enthüllen ein magnetisches Chaos. Statt eines klaren Südpols finden sich dort durchmischte positive und negative Magnetfelder. Typisch für das Sonnenmaximum, wenn das Magnetfeld seine Polarität wechselt. Besonders aufschlussreicht das SPICE-Instrument. Das konnte mit präzisen Dopplermessungen erstmals die Bewegung von heißem Sonnenmaterial direkt über den Polen verfolgen. Essentiell, um zu verstehen, wie Sonnenwinde entstehen. Diese Erkenntnisse, die markieren den Beginn einer neuen Ära der Sonnenforschung. Der Orbit von Solar Orbiter, der wird in den nächsten Jahren nämlich noch weiter geneigt. Die besten Einblicke auf die Sonnenpole stehen also noch bevor. Die besten Jahre von Senkrechtstarter, die stehen uns hoffentlich allen auch noch bevor. Ohne unsere Senkrechtstarter-Schutzengel, da wäre dieser Kanal ja nicht mehr da. Euch allen ein riesengroßes Dankeschön. Du willst auch mithelfen, Raumfahrtbegeistung im deutschsprachigen Raum zu verbreiten? Dann schau mal unter dem Video. Dort findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Zur Belohnung gibt es ja dann alle Videos früher und ganz ohne Werbung. Vielen, vielen Dank. Werfen wir zum Schluss noch fix einen Blick auf die nächste Woche. Hier die geplanten Starts im Schnelldurchlauf am Montag, 16. Juni. Da startet voraussichtlich eine Atlas 5551, nämlich mit Amazon Kuiper-Satelliten. Das sind dann die zweite, der zweite Batch. Am Dienstag, 17. Juni, möchte SpaceX mit einer Falcon 9 weitere Starlings von Vandenberg ins Eil bringen. Am Mittwoch folgt eventuell ein Falcon 9-Start vom SEC 40 in Florida mit Starlings auch. Am Donnerstag, 19. Juni, hebt wahrscheinlich die stärkste russische Rakete ab. Angara A5 von Plesetsk mit einem unbekannten militärischen Kosmos-Satelliten. Gleich drei Starts könnten am Freitag stattfinden. SpaceX mit Starlink, China mit einer langen Marsch 3BE. Die Nutzer ist mir nicht bekannt. Und dann am Abend voraussichtlich SpaceX mit einer Rideshare-Mission, Transporter 14 von Vandenberg. Der Booster, der kommt da zurück zum Startplatz und landet in unmittelbarer Nähe auf der Landezone LC4. Wochenabschluss dann am Samstag, wahrscheinlich 21. Juni. Da könnte Blue Origin mit NS33 eine weitere suborbitale New Shepard Touristenmission von Texas aus starten. Hier noch schnell der Hinweis auf den Schuhspezialisten Gießwein aus Österreich. Mit meinem Link und meinem Code bekommst du wieder 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findest du auch in der Videobeschreibung. Hat dir das Raumfahrt-News-Update gefallen? Ja, dann gerne ein Like da lassen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, perfekter Zeitpunkt für ein Abo. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Immer schön zäckig bleiben. Dann mal. Dann mal. Dann mal.